Warum ich Outlook on the Web, Outlook Online oder Outlook im Browser, nenne es wie es willst, lieber verwende wie die fette App auf dem Desktop plus 5 und ein Bonus-Tipp genau dazu nach dem Intro. Mein Name ist Kai Osthoff von Osthoff Innovations und wir kümmern uns darum, dass Microsoft 365 und Azure in deinem Unternehmen besser läuft und die Nutzer es auch verstehen. Vergiss nicht die Glocke zu drücken, um keines dieser Tutorials, Help-Videos mehr zu verpassen. Also steigen wir direkt mal ein, warum liebe ich Outlook on the Web, Outlook Online im Browser mehr wie diese unfassbar krasse, fette App. Also es handelt sich hier ja tatsächlich um die Desktop-Installation von Outlook, die kann unfassbar viel und gibt es auch schon unfassbar viele Jahre. Ich mache jetzt mal den Browser auf und im Browser, in unserem Online-Browser können wir ja hier deutlich sehen, ich muss hier jetzt nur oben eintippen, outlook.office.com und lande direkt in der Online-Version, wenn du Microsoft 365 im Einsatz hast und es in deinem Unternehmen erlaubt ist. Und diese Online-Version von Outlook bietet mir im, ich sage jetzt mal Großen und Ganzen, gut ist gut genug, die gleichen Features. Aber neue Dinge halten meistens mittlerweile schneller Einzug in der Online-Variante. Hier kommen wir also zum ersten Tipp, erstens neue Features kommen schneller an, glaube ich zumindest, mein Gefühl. Und der erste richtige Tipp wäre dann hier oben, diese App nämlich als tatsächlich, also die Online-Variante als App zu installieren. Hier gibt es den Punkt mit dem Menü und den Apps im Edge-Browser und jetzt können wir hier tatsächlich sagen, installieren Sie Outlook. Und weit gefehlt, es handelt sich dabei jetzt nicht um den Fat-Client, also die große Installation auf deinem Desktop-Rechner, sondern ich klicke hier drauf und dann wird diese App in meinem Edge-Browser installiert und ich kann sogar ein Icon hier unten in meiner Task-Leiste, ich mache mal rechte Maustaste, an Task-Leiste anheften und habe die Applikation dann hier immer zur Verfügung. Ich klicke hier drauf und habe direkt meine App. Achtung, nun funktioniert Outlook-App hier natürlich, also die App, nur wenn ich eine aktive Internetverbindung habe. Das heißt, wenn ich hier auf meinem Notebook unterwegs bin, muss ich mir natürlich im Klaren sein, dass mein Fat-Client ohne Internetverbindung funktioniert und der Web-Client nur mit Internetverbindung. Jetzt bleiben wir mal hier in dem Online-Account, in dem Online-Outlook und kommen direkt zu meinem nächsten Tipp. Nämlich, hier gibt es den Dark-Mode und gerade in Video-Calls heute nicht zu unterschätzen. Die Helligkeit hier des Dunkel-Modus oder Hell-Modus hat natürlich absolut direkten Einfluss darauf, wie ich vor der Kamera dargestellt werde. Also, nicht vergessen, Dunkel und Hell ist nicht nur was für die Augen, sondern vielleicht auch als Beleuchtung vor einer Videokonferenz ganz gut oder während einer Videokonferenz. Nächster Tipp. Wir haben hier die sogenannte Focus-Inbox, die wir über die Einstellungen Posteingang mit Relevanz einschalten und ausschalten können. Du siehst also, der Eingang hier verändert sich zu Relevant und Sonstige. Und so wird Outlook mir meine E-Mails vorsortieren. Unter dem Reiter Sonstige finde ich Mails, die Outlook für mich wegsortiert und sagt, sie sind weniger relevant. Falls dort doch etwas drin landen sollte, das da nicht hingehört, einfach hier auf rechte Maustaste verschieben und dann in Posteingang mit Relevanz. Dann landet die auch nie wieder hier unter Sonstige. Und Outlook lernt langsam, was für mich wichtig ist und nicht. Nächster Tipp. Wenn ich eine neue E-Mail schreibe, kann ich das hier oben über Neue Nachricht oder einfach die Taste N, wenn ich hier in der Applikation bin. Und wenn ich diese Nachricht hier schreibe, gibt es hier unten die Möglichkeit, einen kleinen Button hier zu drücken. Und hier kann ich eben nicht nur sagen, senden und weg mit der E-Mail, sondern ich kann sagen, später senden. Und besonders sinnvoll, ich möchte meinen Mitarbeiterkollegen abends um 23 Uhr noch eine Nachricht schreiben, weil ich da eben noch im Zug sitze oder im Office oder was auch immer. Aber ich möchte nicht, dass die Mitarbeiter abends um die Uhrzeit gestört werden oder vielleicht auch noch irgendwie das Gefühl bekommen, sie müssten antworten. Also kann ich hier gedroht diese Nachricht am nächsten Tag, zum Beispiel am Donnerstag oder am Mittwoch um 8 Uhr morgens verschicken, sodass die Nachricht auch während der Arbeitszeiten ankommt. Cooles Tool und geht nicht ganz so einfach im Outlook Fat Client. Dort nur, wenn der Outlook Client immer geöffnet ist. Hier interessiert es niemand, weil es komplett auf dem Server passiert. Noch ein Tipp an dieser Stelle, Nummer 5 wäre hier diese Flags zu verwenden. Wenn ich also eine Nachricht anklicke, kann ich hier diese Kennzeichnung vornehmen. Und in dem Moment, wo ich diese Kennzeichnung anklicke, dauert das einen kleinen Moment. Und dann wird diese Nachricht in Microsoft To-Do angezeigt. Und ich habe dann hier eben unter gekennzeichnete E-Mails genau diese Nachrichten drin. Fünf Tipps, warum ich Outlook Online verwende und jetzt noch ein Bonus. Wenn du die Taste E auf der aktiven Nachricht drückst, wandert sie direkt im Archiv, verschwindet nicht und bleibt in To-Do markiert. Cool, oder? Mein To-Do-Tutorial übrigens zu Hashtags gibt es hier auf der Seite. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.